Wer das erste Mal eine Bilanz in die Hände bekommt, der will sie in den meisten Fällen gleich wieder weglegen. Denn eine Bilanz richtig zu lesen, das will wirklich gelernt sein. Und das lernst du genau in diesem Seminar, der erfolgreiche Wirtschaftsausschuss, Teil 2. Wie analysiere ich einen Geschäftsbericht richtig? Was sind eigentlich Kennziffern? Und wie kann ich die unwichtigen Zahlen von den wichtigen Zahlen unterscheiden? Unsere Referenten sind allesamt erfahrene Experten aus der Praxis und zeigen dir genau, worauf es ankommt. Also buche am besten jetzt gleich dein Seminar.